Seit gefühlt ewiger Trainingspause wegen meiner beiden Knie-Operationen, heute mal wieder in der Halle bei meinem freien C für dem Unterarsbach und da spielt ein guter Freund von mir, mit dem ich auch schon sehr gut doppelt gespielt habe, Jürgen Gottinger, allerdings für die Gegner von 3. Fimbach. Er schlägt auf gegen die Vanessa Butler, die junge Dame in ansonsten einer Team des CVJ unter Asma. Fünfter Satz, er fliegt bereits 5 zu 3, aber die Auszeit hat zwei Punkte für sie gebracht. Nur noch 4 zu 5. Fünfter Satz, er fliegt bereits 5 zu 3, aber die Auszeit hat zwei Punkte für sie gebracht. Applaus Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank.